Novena zum göttlichen Jesuskind, dritter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. komm heiliger geist komm durch die mächtige für sprache der liebesflamme des um 남자 herzens mariens deine so sehr geliebten browni komm heiliger geist komm durch die mächtige fürs sprache lebens zu haben das umbranyang sein authors marien seine so sehr geliebten brod komm heiliger geist komm durch die mächtige fürs sprachen der liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Frau. O heiliges Jesuskind, wenn ich auf deinem Angesicht dieses liebvollste Lächeln sehe, bin ich bewegt von lebendiger Hoffnung. Ja, alles erhoffe ich von deiner Güte. Erleuchte mich und alle, die mir lieb sind, mit deinem Lächeln der Güte. Und ich werde immer da deine unendliche Barmherzigkeit lobreisen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Igel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Um deiner göttlichen Kindheit willen, O Jesus, gewähre uns die Gnade, um die wir dich bitten. Hier kann man sagen, warum wir bitten. Wenn sie in deinem göttlichen Willen für uns liegt und zu unserem Heiler ist. Schau nicht auf meine Unwürdigkeit, sondern auf meinen Glauben und auf deine unendliche Barmherzigkeit. Stille Betrachtung einer Bibelstelle Lukas 2 Geburt Jesu . Vielen Dank. 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 Um der Verdienste deines ersten Lebensjahreswillens bitten wir dich, eile uns zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Vater und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist fleisch geworden. Und führe uns, und führe uns, und führe uns, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Weib und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich, aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines zweiten Lebensjahreswillens bitten wir dich, eile uns zur Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich, aus aller Not und Beträgnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines dritten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligern. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot. Gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns. Mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines vierten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennadeit unter den Frauen und Gebennadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Um der verdiensteten Sieg und wahren Glück und Frieden, führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der verdiensteten Deines fünften Lebensjahres Willen bitten wir dich. Eile uns zur Hilfe, auch durch die Schar aller Deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines Sechsten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar, alle deine Lieben, Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis erräte uns. Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines siebenten Lebensjahreswillens bitten wir dich. Eile uns zur Hilfe, auch durch die Schade aller deiner lieben Engel und Heiligem. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übe. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines achten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das Wort ist gleich geworden. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist gleich geworden. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesus, Kind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus allem, was du verdrängen bist, errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns. Mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines neunten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser glückliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg, wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines zehnten Lebensjahreswillens bitten wir dich, Eile und zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Heilige Maria, Heilige Maria, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter dem Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Durch deine heilige Mutter bitten wir dich. Aus aller Not und Bedrängnis errette uns. Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Um der Verdienste deines elften Lebensjahreswillens bitten wir dich. Eile uns zu Hilfe, auch durch die Schar aller deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel es so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. O gnadenreiches Jesuskind, sei hochgepriesen und segne uns. Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und Frieden führe uns mit deiner Allmacht, Weisheit und Güte. Und der Verdienste deines zwölften Lebensjahreswillens bitten wir dich. Eile uns zur Hilfe auch durch die Schar all deiner lieben Engel und Heiligen. Heilige Maria, Mutter Gottes, wieder für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib.